Also Robsi, nochmal, du musst nicht anständig sein. Das interessiert uns nicht. Und der soll sich nicht einscheißen. Und wenn er irgend sowas spürt, schickst du ihn mal zu mir hinter. Ja. Nicht schlimm. Wenn ihr in den Berg rein fahrt, das was er hat, sonst findet das heute ohne uns statt. Alles klar.